Die Jungs kommen jetzt. Training ist vorbei. Auf Rubert ließ sich natürlich ein bisschen Druck drauf. Ich hoffe, dass er gut trifft. Maxi Rohr im Mittelfeld für den Kleinen. Wer weiß das? Jetzt kommt David hier. Jonas, der will dich aufwirken. Wenn ich jung bin, will ich auch Fußball spielen. Aber wie gesagt, an den Bussefest kommt er ja sowieso nicht vorbei.